Wie lautet die Anklage? Bei der Mord an Angel Miller zum Beispiel. Außerdem illegale Produktion und Vertrieb von Amphetamin. Du hast keinen Beweis. Wir haben eine Zeuge. Und du hast die dumme Angewohnheit, alles mit Video aufzuzeichnen. Außerdem hast du Probleme, ihn hochzukriegen, mein Bester. Also verschwende nicht meine Zeit, verdammt nochmal. Zieh deine Klamotten an. Oder verschaff mir einen Grund, dich abzuknallen. Nenn mir deinen Preis. Ich wollte schon immer ein Pauschett. Ja, das stimmt. Im Bericht wird dann stehen, Sergeant Kenner erschoss seinen nackten Mann im Badehaus. Das trägt wohl kaum dazu bei, den Namen deines Vaters zu rühmen. Nimm die Floschen hoch, verdammt. Eine Ratte sollte mein Vater nicht erwähnen. Kapiert? 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 Oh! Oh! Yeah! Come on! Ahk! Ah! Yeah! Yeah! Come on! Ah! Ah! Komm, wir holen uns Joshi da.